so der blick vom wohnpark alt erla da jetzt auf das harte trainingsgelände beim tc laville das schaut noch nicht so hart aus wie es eigentlich ist und die babsi heute nicht für den fallschirmsprung gerüstet sondern mit bleiweste achtung fertig go come on schwerpunkt tief übersteigen ja genau come on ja genau step 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 zieh das gibt es ja nicht am letzten du schenkst dir eine halbe sekunde her 18 47 der helmut ist ein harter trainer und nicht ganz zufrieden aber jetzt macht er es ja schon eine stunde jetzt kann man schon gnädig sein oder sie ist sehr fleißig ich muss sagen sie trainiert jetzt seit drei monaten machen wir zusammen fitness ja und sie ist wirklich ständig ständig verbesserungen also koordinativ sehr gut beinarbeit auch sehr gut oberkörper wir brauchen ein bisschen mehr bungee im oberkörper und der besseren ist auch Gott sei Dank macht Spaß mit dir toll 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 danke